Go Ninja! Go Ninja! Go! Go Ninja! Go Ninja! Go! 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 Also, B wird eh gleich wieder eingenommen. Nee, mir steht doch einer! Ah, das ist ein Gegner. Ich lieg vor A im Graben. Ich geh mal zurück zu B. Und bin gesehen worden. Ohne Witz. Ich hab... Bin bei dir gespawnt. Na, geh mal rüber hier. Na, würd ich gerne. Nee, mein Charakter meinte ich. Oh, rein in die Zone B. Wir müssen halt vorher schon versuchen, die Brücke ein bisschen niederzuhalten. ein bisschen niederzuhalten. Wir haben halt hier jetzt taktisch gut gesmoked. Bäm! Hab ich ihn geholt, ja. Einer kam grad von hinten und wollte mich holen Mann, der holt mich durch den Busch Bist du schon zu A oder was? Ne, ich stehe an der Grenze von B zu A und hab da ein paar Leute niedergehalten Aber ich geh jetzt down, weil mich keiner hochholt Ja, ist ja eh kein Ding Ich kann bei dir spawnen Halt mir mal die Küste frei Einfach gesagt, als getan, ne? Ja, da laufen zum Glück ein paar von uns Wir müssen halt schnellstmöglich rauf auf A Die Brücke ist halt so ein so ein Kack Flaschenhals Ja, ich komm raus aus dem Wasser Ich seh nur Wald Aber alles andere erschießt mich hier Wenn mich einer hier hochholen würde müsste ich nicht ewig laufen Das wär super, ne? Wenn das mal die Leute checken würden Ja, danke, geht doch Ich stehe zumindest schon mal allein in A drin Zu zwei Zimmer Wenn noch ein paar kommen würden, würde es schneller gehen Nicht nur rumstehen, einmarschieren Bin kurz davor Jetzt, jetzt Jetzt müssen wir die Leute schon langsam mal rauspoolen hier Komm hier nicht hoch Einer ist nur noch auf A Von denen Ja Ah, und der holt mich Ich hol dich hoch Ich bin bei dir, ja? Danke schön Der war rechts irgendwo hier Aber mittlerweile müsste der nicht sein Ja, der... Einer gammelt hier noch irgendwo Ja Hier, Muni Munition, Soldat So A ist erobert Wo? Ah, genau Da Jetzt müssen wir zwei Ziele sprengen Wo ist denn das? Wir haben 46 Leben Bis wir das Ding gesprengt haben müssen Fuck Liebe Kollegen, ich liege neben euch Wo? Ich weiß nicht, wer hier bei mir ist Ich? Ich muss ja nur Mundvoll sagen Dann kann man da mal helfen Ich würde mal sagen, wir gehen mal Zu A Auf mich wird geschossen Die Welt hat überall geschossen Das ist das Problem Ja Ich bin schon wieder down Weit weg von mir? Ja Es lohnt nicht Es sind halt drei Ziele zum Sprengen Wollt ihr mich verarschen? Müssen wir die alle sprengen? Ja Sprengsatz ist dran An A Sprengsatz am Ziel Ich bin down Ich sterbe Ich brauche Hilfe Du liegst Du liegst Äh, vier drücken Äh, vier drücken Vier drücken zum Ausrüsten Und dann Einfach Äh, linke Maustaste Dann legt das so eine Panzerabwehrmine hin Aber man soll ja so einen Sprengsatz da legen Achso, ja Da musst du erst mal einen einsammeln Achso, man muss denn das suchen Okay Ah, da Einer unserer Leute hat einen Sprengsatz Okay Weil ich stehe da so neben dem Punkt C Denk so Okay, jetzt könnte ich mal langsam Oh, der Panzer läuft hier immer noch rum Wo ist denn? Auf B drauf Ich hab ihn mit Raketenwerfer abgeschossen Den Typen, den du geholt hast Oh, oh Schieß lieber mal den Panzer ab Ja, würde ich gern Muss grad nachladen Ich bin geliefert, hilf du So Ah, schade Ich wollte grad bei dir spawnen Und dann gehst du drauf Du hättest gar nicht spawnen können So wie ich im Kampf vorhin Wieder den ganzen Weg laufen Wir haben jetzt einen Panzer dabei So wie sich das anhört Nice Ja, haben wir dabei Wir haben halt nur noch 16 Tickets Das ist halt echt ein Problem Was passiert denn? Dann haben die Gegner dann gewonnen? Ne, dann geht es wieder Mit Ding weiter Mit, äh A Mit A, genau Ich wäre auf, äh C drauf Ich warte auf ne Bombe Oh ja, ich bin auf B drauf Theoretisch Oh, unser Panzer kommt hier reingefahren Stark Fuck Fuck Könnt ihr mir eine aufhelfen? Was? Wo geh ich da Irgendwo mal ein Scharfschütze Ernsthaft? Ah, das ist natürlich mies Hey Leute Hilf mir irgendwer Ihr müsst mir helfen Na, wir haben keine Tickets mehr Wir haben soeben Sprengsätze geboren Zumindest haben wir schon mal ein Ziel erwischt Müssen wir das dann nicht nochmal machen? Ne, aber wir haben dann definitiv schon mal den Vorteil Okay, hier ist eine Kanalisation Naja Bin direkt hinter dir Ich sehe Licht am Ende des Tunnels Na, geh nicht zu auf dieses Licht Der Modus dauert halt echt am längsten Huh, da hab ich den Kollegen geholfen Komm Übermacht auf B Wir müssen halt irgendwie dieses Sprengding finden Zurück zum Hauptquartier Na, jetzt müssen wir halt instant wieder A einnehmen Dass wir nochmal versuchen können Die Blöde Idee Weil sonst kommen wir bei B raus Und B ist ewig weit weg Aber nicht so weit weg wie das Ding hier, oder? Ja, gut, stimmt auch wieder Ja, weil ich schon losgelaufen bin Ja Ja, A dürften wir gleich wieder haben Wir müssen heute nur ein Kraut dagegen finden Dass wir Dass wir die zwei Ziele noch finden Ey, ein Sniper Sniper auf der Brücke oben Geh ins Haus rein Ja, A sind wir schon wieder gut am Einnehmen Ja Da war ich dann im Haus neben uns Na Hinter dem Haus, wo ich rumlieg Äh, ist einer Da kommen mehrere Achso, du bist auch tot Bin gerade dann auch da angegangen, ja Ja, für was halte ich dann den Finger drauf, ohne Witz Nö, die sind auch alle am Sterben, ne? Doch A verlieren wir Ja, dann geht alle wieder retour Ey, 19 Minuten die Runde noch Längste Folge ever, Freunde Direkt zu Anfang Ja, wieso nicht? Kann man ja mal machen Ist aber eh gut Ist aber eh gut Kriegt man zumindest einen Haufen Erfahrungspunkte Für die Kacke hier Na, 8000 haben wir beide Bisschen mehr Ja Und du hast eine Heilung mehr Dafür habe ich um einiges mehr Kills Deaths haben wir genauso viel Ja, aber ich habe einmal den Panzer geholt Wir könnten A sogar doch holen Wir müssen ein, zwei Leute müssen wir holen Panzer, Panzer Was hat mich wohl erwischt? Der Panzer Ja, ich muss mich hier umbringen Weil ich direkt vor dem Panzer liege Haben wir jetzt A eingenommen? Ja Panzer, Sauton Ja, super Ja, dann auf Na, ich muss das mal Oh, hinter mir Wo? Da geht ins Nachbarhaus rein Ich komme zu dir Nicht aufgeben Ja, aber ich hole es vielleicht schon Oh, ne, der läuft vorbei Na, du liegst hinter der Wand Komm, ich kriege dich wieder hin Du gehst mir nicht über den Jordan Und rennst hier eine halbe Ewigkeit rum Da vorne liegt eine Bombe rum Ah, die sind beide aufgehoben Also hinter dem mit der Bombe Laufen wir jetzt her Okay, Fresh? Naja Ja, dann nehmen wir wieder die Bombe Ich habe die Bombe Okay So, ich renne der Masse hier rechts hinterher Also, sonst geht hier mal gar nichts voran Ah, fuck Oh, fuck Bin, bin, bin Erschossen worden Ja, ich bin auch leider da Bin ich tödlich verwundet, oder wie? Scheiße, helft mir! Komm, holt mich hoch Das dauert nicht lang Mich haben die nicht geholt Du liegst nur da rechts Ah, ich bin zu weit weg, glaube ich, oder? 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 Halt noch, halt noch Ah Ich halte! Ah, fuck Ich war zu weit weg Ah, schade Ich kam gerade genau an den Zug gestorben Ja, ich bin eh bei dir gespawnt Aber wo ist der Sprengsatz denn? Dann hat scheinbar jemand anders mitgenommen Mann, bin wieder down Aha, ich dub mich noch, aber keine Chance Ruhigt mich jemand? Ich glaube nicht, oder? Wart, wart Ah, da liegste Nee, ich steh direkt neben dir Wurde grad sein, oder? Uh, das war knapp Ich geh da mal nach hinten kurz Ich glaub dem linken hinterher, der so nen Sprengsatz hat hier Au, au, au! Ey, lauft nicht einfach weiter Das sind Tickets, die wir hier verballern Das wissen die meisten halt nicht, ne? Ich bin leider zu weit weg schon Das sind halt wirklich COD-Noobs, muss man einfach sagen Ah, das ist ein Panzer von uns Oh, au, au Wie legt man sich hin? Äh, mit, äh, Y-Pselon halten, oder? Okay, ja, danke So, wo ist der Sprengsatz? Einer war grad noch, bis gerade hier Ah, nee Hier wär einer, der, der ist weg Oh, fuck, ich wollt da auch gerade im Panzer fliegen Na ja Da kann ich mich aufgeben Na ja Ich lieg halt mitten auf dem Schlachtfeld Vor mir drei Leute Lieg eigentlich safe, aber mich holt keiner Ey, die Bombe ist gleich bei B Nice Habe ich jetzt gerade in der Map gesehen Hoffentlich kann er die anbringen Die andere steht halt irgendwo vor C B ist, äh, B ist dran Nice Wir müssen fast zeitgleich C hinbekommen Weil sonst stehen die nur an C rum Wäre gut, ne? Fuck Äh, wollt ihr mich verarschen? Ja, der steht vor mir Ich komm gerade frisch über den Hügel und werd angeschossen Bis zum nächsten Mal Tja, bis zum nächsten Mal Damit ist so